Moin Leute, Trimax hier. Heute ziehen wir uns endlich die Bewerbungen rein für den Lost-Clan. Denn Revio und ich wollen zusammen, weil wir bei der Lost sind, einen Clan machen. Und da suchen wir Spieler, die krass sind, eventuell auch Chance bei der Fortnite-Weltmeisterschaft haben. Ich hab ein paar Sachen rausgesucht. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit den ersten Kandidaten hier an. Bist du bereit für die erste Lost-Clan-Bewerbung? Glaub ich, der Dude hat sogar 15.000 Aufrufe drauf gemacht. Also der hat auf jeden Fall jetzt schon mal... Echt? Das ist viel. Also wie ist der Hashtag vom Bewerben? Sag nochmal ganz kurz, damit ich... Hashtag Lost-E-Sport-Bewerbung. Siehst du ja oben im Titel. Ne, Max? Da kann jeder mit mir hin. Da kann man's sehen. So, schauen wir, was der Kollege hier macht. Wie heißt denn der? Ah, okay. Okay. Ja, ist krass. Ja, ist gut. Also die 90s, das läuft auf jeden Fall. Okay, ich glaub... Ah, okay. Ah ja. Ah ja. Er hat so gesehen am Anfang, dass es gespielt hat. Ach so. Ach so. Ja, ich wollte gerade schon sagen. Da war irgendwas nicht richtig, du. Ja, ja. Ja, okay. Crankt auf jeden Fall hier gut die 90s, ja. Alter, Max. Der hat das geübt, Digga. Ich glaub auch. Ich glaub auch. Ist ein sehr unpersönliches Video, würde ich fast schon sagen, ne? Ja, ja. Wir erfahren nichts über seinen Charakter. Ich würd sagen, wir gehen trotzdem mal weiter. Okay, nach den Montagen geh ich mir echt müde los. Viel Spaß. Schau mal, schauen wir mal hier rein. Ah ja, komm mal hier. Schöner Headshot hier. Gut. Wenn jetzt noch die Font da nicht im Weg wäre. Ah, jetzt, komm mal. Jetzt geht's hier los. Ja. Ja. Gut. Oh ja, Konsole. Wollen wir alle Plattformen auch zulassen? Wir lassen alle Plattformen zu. Es ist halt schon eine Compilation, das weißt du, ne? Ja, ja. Es sind halt alles nur good moments, ne? Ach, jetzt, komm mal hier. Sehr gut. Ja. Ja, solche Leute suchen wir doch, oder, Max? Also, ich glaub, das können wir schon skippen. Ah, das ist Südross, Digga. Ah, ja, den kennt man bei uns. Der ist auch die ganze Zeit bei mir im Chat auch schon die ganze Zeit, der Dude. Ja, der Building-mäßig läuft der Hase schon mal bei ihm. Guck mal. Alter, was hat er denn geübt? Alter, ihr Junge. Da ist kein Fehler drin bei den 90s. Das schmeckt schon. AIM auf jeden Fall echt am Start. Ja, ja. Der Hase läuft, der Hase läuft. Der ist im Chat, Max. Wir könnten theoretisch ausprobieren, was der Junge kann. Wir könnten theoretisch ausprobieren, weil jetzt haben wir eine Sache ganz entscheidend. Er ist ein krasser Spieler. Ja. Man kennt ihn auch schon lange. Ja. Mich würde jetzt interessieren, wie hat er bisher, wir sind ja jetzt schon über die Elfte durch, in der Fortnite-Weltmeisterschaft performt. Wir können ja mal Fortnite-Tracker bei ihm schauen. Warte mal. Okay, Säge 650, KD 4,26 Max. Das schmeckt auf jeden Fall. Aber 17.000 Kills, Solo-Wins eine Menge. 277, also Gewinnwahrscheinlichkeit 14,8. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist schon nicht schlecht, wa? Leider noch nicht ins Finale geschafft, schreibt er. Noch nicht ins Finale geschafft. Na, schade, wa? Nächste Solo-Turnier bin ich safe, Finale, schreibt er, okay? Schau mal hier. Der, du, schreibt, ich bin nicht lost, aber lustig. Guck mal, Max. Schau mal mal ganz kurz. Hey, Revi, wenn du das Video siehst... Ach so, nur Revi und Trimax. Stand oben. Und Trimax immer rein. Schon mal gut. Sonst wünsche ich viel Spaß und ciao. Ja, haben wir. Wir werden viel Spaß haben hier. Ah ja, ah ja. Und direkt tanzen ist gut? Klar, Aim ist da. Schön Ghost-Peaking und sowas. Ghost-Peaking, das läuft. Tanzen, wichtig, wichtig, wichtig. Tanzen nach so einem King ist immer gut. Ja. Lieber ein Emote senden, oh. Oh mein Gott. Lieber ein Emote senden als Oh mein Gott schreien, sag ich immer. Schau mal den nächsten Boy hier. Der hat auf jeden Fall auch eine schöne Bewerbung gemacht. Hallo Revi, hallo. Ah, guck mal, man sieht sein Gesicht. Ich bin 14 Jahre alt im Lost-East-Bots-Klan-Rock ist, ich habe kein Aim. Ah, komm mal, Max. Ja, kein Aim ist schon mal ganz gut. Kein Aim ist gut. Ja. So nice. Ja, ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ich bin der schlechteste Spieler mit dem Bogen. Na, Bogen läuft, Alter. Alles in einer Position. Ja, es schmeckt. Und bauen kann ich gar nicht. Ja, das finde ich gut, ja. Revi, Trimax, ihr habt das gesehen. Ich bin der perfekte Mann für den Lost-East-Bots-Klan. Ja. Ich stehe hier so, ja, mit brennendem Blatt Papier. Oh ja. Auf einem VW. Alter. Und damit sage ich, hau da rein, Leute. Ja. Einer schreibt, nehmt den. So lost wäre auf jeden Fall. Wollt ihr das denn mit aufgenommen, Alter? Was ist das? Also, ja, irgendwie. Leute sind es tatsächlich ziemlich lost, aber. Oh. Ja, ja, toll. Das ist das normalste Gameplay. Kekko hier. Ich möchte dem Lost-Klan beitreten, weil ich es für sehr sinnvoll halte, alle meine Earnings abzugeben. Ah ja. Der hat schon mal verstanden, warum es geht. Der will seine ganzen Earnings abgeben. Hat er verstanden. Das ist gut. Oh, das ist aber Ohr. Der spielt, die Gäste, das ist doch gar nicht mehr, das ist doch gar nicht mehr, das ist doch noch mit Stretched. Keiner spielt mehr Stretched. Ist aber nicht schlecht, wa? Es ist nicht schlecht, aber es ist ja schon wieder ein bisschen her. Macht es schon gut. Spielt hier Solo-Squad, glaube ich, wa? Ich glaube, ja. Wenn der alle seine Earnings abgibt, Alter. Kann er sich auch behalten. Kommt nichts bei rum. Drei Edits pro Sekunde. Ja, okay. Kann man sich eigentlich auch mal im Arrestanten-Edits absolut besch***en? Ja. Da wollen wir noch gar nicht drüber reden, Max. Ich würde einfach den nochmal markieren, tatsächlich. Ich heiße Matthias. Ah hier, guter Song im Hintergrund. Schön. Stopp. Stopp. Kriegen wir den Copyright Strike des Grauens. Max, das ist ein Song von mir. Echt? Von unserem DJ-Projekt. Ja, ja, passiert. Alles gut. Ich mach den Ton trotzdem aus. Ich vertraue dir nicht. Okay, play. Digga, nack. Das ist jetzt der Mobile-Spieler? Ja. Boah, für ein Mobile-Spieler ist aber... Also, wenn wir sterben und ein Mobile-Spieler holt uns wieder hoch, würde ich schon sehr feiern. Er hat aber am Anfang geschrieben, er ist der beste Mobile-Spieler deutschland. Einer der besten. Also, wenn du das nicht, dass du das vom Handy aus machst, schmeckt das schon, ne? Ja. Würde ich mir einfach mal merken. Was ist denn mit Anakin? Der alte, der ehemalige Apokalyptus-Spieler. Boah, Leute, crankt aber hart das Bilding. Guck mal. Auf Playstation, Junge. Der spielt mit Xbox-Controller. Alter, huuuhu. Boah, Junge. Ja, es stimmt schon, was er da macht. Er hat gelieft. Warum hat er gelieft, Leute? Er bringt beide zum Tanzen. Und die ganze Zeit ohne Jagd gewähren. Oh, okay, es war schon sehr geil. So, jetzt kommen hier One-Vs. Schauen wir mal. Ja, W-Kitty auf jeden Fall ordentlich. Aber, also, ist, glaube ich, kein schlechter Spieler. Er ist freiwillig raus, der ApoRed, den er wenig verarscht hat. Was ist denn mit ApoRed los, Alter? Was macht der denn die ganze Zeit, Junge? Letzzy ist ja auch raus, Letzzy. Ja, Letzzy ist bei der fucking Atlantis. Das ist für die Besten. Stell dir mal vor, an sowas, Digga, und sowas verlierst du dann als Clan-Member, weißt du? Anakin, würde ich jetzt sagen, können wir einmal testen, wenn wir wissen, wie er bei der Fortnite-Weltmeisterschaft abgeschnitten hat. Weiß das jemand, Leute? Er war bei den Top 1500, meinte jemand. Anakin meinten, sie hat schon Geld gewonnen. Anakin ist da. Anakin hat sich schon mehrmals qualifiziert. Ja. Hier, schauen wir mal hier. Der hier vielleicht. Komm mal her. Ohre in den Augen nur. Wurde mir jetzt auch mehr von den Chat geschrieben. Oh, das war schon ein cooler Move. Mhm. Ich will der Allerbeste sein. Na gut, Max, das war es dann an der Stelle. Keiner vor mir war. Ja, nee, also klar. Okay, sehr gut. Ganz in Einfang, ich seh mir. Ich erkenne die Gefahr. Sehr gut. Der jüngste Bewerber heute. Ja. Streift durch das ganze Land. Und suche weit und breit. Aber gut, ist natürlich jetzt. Ja, ist aber sehr erzwungen. Weißt du, was ich meine? Stark, stark, stark. Stark. What the fuck? Da unten ist der Boy. Sehr stark, ja. Alter. Ist der gerockt? Ja. Nicht so wenig. Ja. Ja, also. Hormann, ne? Du kennst mich, Alter. Ja, gut. Max, reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Aber Max, guck mal, so einer als E-Sport-Chef, oder? Der, der muss das Roster eigentlich anführen. Guck mal, der hat einen eigenen Laden. Alles. Eigenes Baumhaus. Ja, eigenes Baumhaus. Der legt doch auf. Hier, schön. Oh, guck mal, der hat auch ganz viele, der hat richtig gute Aufrufe da drauf. Und der hat, glaube ich, was Geiles gebastelt. Warte mal. Ah, hier, direkt mal die Mucke. Hier. Oh, direkt die Mucke. Alle Leute, das ist halt schon, das ist eigentlich schon K.O.-K-Kriterium. Ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt, ihr reingrinden. Boah, Alter, sie edits. Schön editiert auf jeden Fall. Ja, ist schon lässig. Ist schon ein lässiger Move. Es schmeckt. Alter, locker. Ja, das macht er. Ja, ist schon. Ist schon nicht schlecht, ne? Es ist schon derby clean. Ey, weißt du, wo ich halt richtig, lecker, wo ich halt richtig Bock drauf hätte, dass die Leute nochmal am Ende irgendwie so einen Screenshot mitschicken, wie sie bisher bei der WM- Aber guck mal hier, 13 Kills, Digga. 14 Kills, Max. Der Junge ist nicht schlecht. Der Junge ist, boah, Digga, der ist nicht schlecht, glaube ich. Pack ihn mal dazu. Best 13-Year-Player in Germany. Okay, Max, jetzt wird es interessant. Schauen wir mal ganz kurz. Hier. Der beste 13-Jährige. Könnte man auch mal einen 13-Jährigen reinholen. Warum nicht, Alter? Wenn der, wenn der, wenn er den aufzieht, weißt du, wenn der schön tryhard in die Schule schmeißt, weißt du, bis er 16 ist da. Ja, 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 richtig nice. Mit 16 darf er mitspielen in drei Jahren und bis dahin ist er groß. Der spielt aber, der spielt aber auch brutal. Guck mal, Junge. Ja, es ist geil. Boah. Alter, ja, das ist nicht schlecht. Das schmeckt auf jeden Fall. Also das Ding ist halt auch, wenn wir einen Spieler haben, den möchte ich dann auch gegen alle möglichen Leute ins 101 schicken. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dass ich dann Chef Strube macht einen 101 gegen einen 13-Jährigen und verliert 9-1, weißt du? Sowas will ich schon gut finden. Sowas will ich sehen, Digga, sowas will ich sehen. Der ist mehr als decent, würde ich fast schon sagen. Also das ist geil. Ja. Holy shit. Also gute Game Sense. Wir stellen uns eine brutale Truppe zusammen. Mit einem Mobile-Spieler, einem 13-Jährigen. Ein paar Konsolen, Leute. Ein paar mit Controller. Max, den packen wir auf die Liste. Den packen wir auf die Liste. Nee, ist der auf der Liste. Obsthändler. Was macht Dead Boy denn? Obsthändler ist ganz oft bei mir drin. Kennst du auch, oder wie? Sehr gut. Mach mal kill dich reich und überall mit. Ist schon ein guter Spieler. Streamt auch jedes Mal. Ich will jetzt mal wirklich wissen, wie gut er ist. Oh nein, die ist laufen. Geht schneller natürlich, ne? Ja. Das Layern kann er auf jeden Fall, Digga. Anakin. Ja, Mods, könnt ihr zu denen sagen, wo wir gesagt haben, die würden wir gerne mal abchecken, Kontakt herstellen, dass wir vielleicht die auf der Liste haben. Jo, Backfist ist ja auch ein Kandidat. Wo sind die alle? Backfist, Evos, Robnik, Progo, CDP. Die ganzen Pros, die kurz vorm Durchbruch stehen. Wo sind sie? Wo sind sie? Die brauchen wir. Wo sind sie? Wo sind sie alle? Kann man auch mal mit in die engere Auswahl nehmen. Parken wir in die engere Auswahl. Moin Jungs, ich behörde mich hier mit für den Lost eSports Clan von Drewe und Trimax. Mein Name ist Shika und ich stüge mir seit zwei Jahren auf Twitch. Oh, das ist schon mal gut. Zwei Jahre zieht durch. Viel Spaß. Spielt hier auf jeden Fall Solo-Squads. Also hat auf jeden Fall... Da merkt man wieder, dass es ein Typ mit Gamesense. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 weiß ich gar nicht. Der weiß, der weiß, was er machen muss. Der weiß, was er machen muss, Alter. Oh, was da passiert? Ja, inzwischen bekommt man das Game ernster, als man sollte. 17 Kills auch, Max, ne? So, was hat der Junge denn? Gucken wir erstmal, ob der Musik hat. Sub if you are lost. Okay, ist das jetzt bewusst? Ist da Musik drin? Ist das bewusst? Ja, man sieht es immer, wenn es absichtsschlecht ist. Meinst du, der crankt jetzt richtig? Okay, jetzt, jetzt schauen wir mal. Ja, ja. Ja, ja. Die 90s und die Edits und das Ram-Pushen sitzt auf jeden Fall. Aber wenn das jetzt so einer ist, der jeden Tag eine Stunde creative ist und drei Stunden lang Custom-Games, Late-Game-Rotation übt und richtig hungrig ist auf die Fortnite-Weltmeisterschaft, daran würde ich das jetzt abhängig machen. So, guck mal, was er hier macht. Amro heißt, der hat sich auch bei Atlantis beworben. Haben wir sehr viele Leute in den Chat gerade geschrieben. Ja. Ja, building-mäßig läuft der Hase. Also, da sieht man auch schon, der spielt halt auch die Late-Rotation. Siehst du ja hier, ne? Ja, ganz solider Trap. Und gewinnt das Ding. Ja, post schon schön, ist gut. Sollen wir mal mit einem von denen eine Runde spielen? Äh, ja. Wir können ja mal mit dem, pass auf, ähm... Killer, Killer! Da macht es...